sieh mal da oben ich habe mir den wagen von shoreline geworfen du bist von da oben runtergerutscht das war der schnellste weg jetzt müssen wir ja und bist du schon lange hier auf der insel ein paar stunden hast du die kolonie gesehen nicht unglaublich oder ich hab mir nicht alles klar klar hat dir sally alles erzählt über diesen ort ja händler vierhundert zwölf gründer hunderte sieben ja das umreicht ist ganz gut sie kannst danach aus man hat die besten ingenieure seiner zeit beschäftigt damit hat er bestimmten nachschubst aufwärts gebracht gut möglich und ja 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 ist ein auto ist nur da hoch sehen wir uns um das ist zu hoch müssen woanders lang na bitte da kriege ich dich hoch super hey meinst du es gibt noch einen anderen weg hoch schau mal ob du was brauchbares findest ja ich habe hier was danke Danke. 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 Sieh mal, Shoreline. Die haben dein Auto. Genau genommen ist es ihr Auto. Holen wir es uns wieder.